Neue Gesetze beschlossen, was uns 2025 alles erwartet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Sie haben es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, die Ampelregierung hat sich im langen Haushaltsstreit zum Bundeshaushalt 2025 im Juli, Anfang Juli auf einen Kompromiss geeinigt. Jetzt sind die Sommerferien in Berlin, aber im Oktober oder im September soll es ja dann in das Gesetzgebungsverfahren gehen zum Bundeshaushalt 2025. Und da ist ein Riesenmaßnahmekatalog veröffentlicht worden auf 31 Seiten. Es geht darum, dass Deutschland wieder auf den Wachstumspfad gebracht wird. Die Dampflokomotive Deutschland soll ordentlich wieder den Zug nach vorne bringen und in Europa sozusagen wieder für ordentlich Wachstum sorgen. Und da geht es um spezielle Einzelmaßnahmen. Naja, meine Damen und Herren, lange Rede, kurzer Sinn. Ich steige einfach mal in die geplanten Änderungen ein und dann geht es jetzt sofort los. Also als allererstes erste Änderung, Abschaffung von Steuerklassen. Das heißt also, die Steuerklassenkombination 3 und 5 für Ehepaare wird abgeschafft. Diese Steuerklassenkombination wird in die Kombination 4 und 4 mit Faktorverfahren überführt. Erstmals greift das Ganze alles im Jahr 2030. Dann haben wir es mit der zweiten Änderung zu tun und zwar steuerliche Anreize für längeres Arbeiten. Da soll es Zuschläge für Überstunden geben ab der 40. Stunde pro Woche. Da muss man erstmal hinkommen, 40 Überstunden machen. Und bei tariflichen vereinbarten Sachen sind es 34 Stunden. Teilzeitarbeitskräfte erhalten ebenfalls eine steuerliche Begünstigung. Wie die genau aussehen wird, muss sich noch in dem Gesetzgebungsverfahren genau herausstellen. Dann die dritte Änderung. Es soll eine neue private Altersvorsorge eingeführt werden, die auch steuerlich begünstigt wird. Und zwar geht es um ein sogenanntes neues zertifiziertes Altersvorsorgedepot, das nicht nur für Arbeiter und Angestellte offen ist, sondern auch für Selbstständige. Das Angebot gilt dann auch für Fonds und ETFs, aber hier ohne Beitragsgarantie. Also man kann wählen zwischen Beitragsgarantie und ohne Beitragsgarantie. Bei Beitragsgarantie dann aber nicht in dem Bereich Fonds und ETFs. Es geht bei der neuen Altersvorsorge vor allen Dingen um niedrige Kosten und um transparente Anlagebedingungen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob dieses zertifizierte Altersvorsorgedepot dann die Riester-Rente abschaffen kann und ob die auch wirklich von der allgemeinen Bevölkerung angenommen wird. Erstmal als Idee nicht schlecht, müssen wir schauen, wie es dann wirklich in der Praxis umgesetzt wird. Als vierte Änderung, das ist ein ganz großes Thema, Änderungen im Bürgergeld und zwar massive Verschärfung der Sanktionen. Totalverweigerer müssen verstärkt 1-Euro-Jobs annehmen. Bei Schwarzarbeit droht Kürzung des Bürgergelds, also des Regelsatzes um 30 Prozent für mindestens drei Monate. Die Leute, die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger müssen regelmäßig persönlich beim Jobcenter vorsprechen. Das ist Pflicht. Wenn Sie das nicht machen, gibt es auch Sanktionen. Dann gibt es Sanktionen für Terminversäumnisse und Ablehnung zumutbarer Tätigkeit. Das wird auch alles verschärft. Die Kritiker von diesen Maßnahmen sprechen schon von einer Rolle rückwärts in die Steinzeit des Hartz IVs. Ja, und im Gegensatz dazu soll es mehr positive Anreize für Langzeitarbeitslose geben. Wie das genau aussehen soll, ist auch aktuell noch völlig offen. Dann die fünfte Änderung, das sind steuerliche Vorteile oder verbesserte steuerliche Vorteile für Dienst- und Firmenwagen. Dort soll es Steuervorteile für elektrische, vollelektrische Wagen und für solche Fahrzeuge geben, die mit E-Fools betrieben werden. Die Grenze der 0,25er-Regelung wird auf den Bruttopreis von 95.000 Euro erhöht. Das hört sich alles wie ein Geschenk für superreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an, meine Damen und Herren. Ja, die sechste Änderung, Weiterbeschäftigung von Rentnern. Da freut sich natürlich das Herz des Rentenberaters Peter Knöppel. Hier ist es geplant, dass weiterarbeitende Rentenbezieher, die also über der Regelartersgrenze weiterarbeiten und eine Rente beziehen, dann den Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung und zur Rentenversicherung direkt auf ihr Netto ausgezahlt bekommen. Als zweite Maßnahme in diesem Bereich, es gibt einen neuen Erwerbseinkommensfreibetrag, der zusätzlich zu den bestehenden allgemeinen Freibeträgen in der Einkommensanrechnung noch mit dazukommt, aber nur für Erwerbseinkommen. Wir wissen ja, dass die Einkommensanrechnung bei der Witwenrente oder Witwerrente erwerbsfeindlich ausgerichtet ist. Viele Menschen gehen praktisch im Grunde genommen oder viele Menschen beenden ihren Job und behalten lieber ihre Witwenrente, weil die Einkommensanrechnung wirklich aktuell ungünstig ist. Aber wer arbeiten gehen will, der soll hier einen Freibetrag von 545 Euro zusätzlich dazu bekommen. Und auch noch zum Schluss hier in dem Bereich, es wird eine sogenannte Rentenaufschubsprämie eingeführt. Die Rentenaufschubsprämie gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ab Erreichen der Regelaltersgrenze keine Rente beziehen. Das heißt also, die weiterarbeiten, aber nicht die Rente in Anspruch nehmen und die erhalten dann für die nicht erhaltene Rente sozusagen eine einmalige Rentenaufschubsprämie. Und diese Aufschubsprämie ist abgabend und steuerfrei. Das ist eine Sache, da kann man sich wirklich überlegen, ob man das gerne machen möchte. Ja, meine Damen und Herren, last but not least die siebte Änderung. Das sind Steuervorteile für arbeitende Ausländer. Zugewanderte ausländische Fachkräfte erhalten sollen in den ersten drei Jahren 30, 20 und dann 10 Prozent ihres Bruttolohns steuerfrei bekommen. Die Grenze des steuerfreien Bruttolohns oder die Anrechnungsgrenze, die Deckelungsgrenze und wie es genau berechnet wird, wird noch durch den Gesetzgeber festgelegt. Also da ist auch noch völlig offen, was da los ist. Ja, meine Damen und Herren, das soll es eigentlich gewesen sein. Ach, Entschuldigung, ich habe ja noch was vergessen. Ganz wichtig, sozusagen als achte Änderung, habe ich aber hier nicht mit reingebracht, im Jahr 2024 wird der Grundfreibetrag nochmals erhöht und zwar rückwirkend zum 01.01.2024. Das bedeutet für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass sie nochmal eine Steuererstattung vom Arbeitgeber bekommen, weil ja dann sozusagen der Lohnsteueranteil sinkt. Für Rentnerinnen und Rentner ist das natürlich auch total interessant, weil hier zu erwarten ist, dass durch den höheren Grundfreibetrag, den steuerlichen Grundfreibetrag, hier die Steuerlast auch für Rentnerinnen und Rentner sinkt. Ab dem Jahr 2025 steigt der Grundfreibetrag dann nochmals an. Finanzminister Lindner hat bekannt gegeben, dass man im Herbst 2024 nochmal durch eine Kommission prüfen will oder prüfen lassen wird, ob nicht möglicherweise die angekündigte Erhöhung des Grundfreibetrages rückwirkend zum 01.01.2024 dann nochmals höher ausfällt. Aber da ist noch völlig offen, was dabei rauskommen wird. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Änderungen durch neue Gesetze für das Jahr 2025. Alles weitere dazu finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.